Moin Leute, drei Monate, dann beginnt die Afrika-Meisterschaft 2022 in Kamerun. Ich bin irgendwie spontan bei Kicker auf den Afrika-Cup gegangen, weil ich wollte mir eigentlich den Afrika-Cup 2019 angucken. Ein bisschen die Ergebnisse und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, ey, die Gruppen für die nächste Afrika-Meisterschaft wurde schon ausgelost. Und weil mir der Afrika-Cup so allgemein gefällt, klar, ich gucke mir nicht alle Spiele, aber ich habe mir letztes Jahr, also nicht letztes Jahr, ich meine damit das letzte Turnier 2019, das Finale angeguckt, Senegal gegen Algerien. Das hat Algerien gewonnen und glaube noch irgendein Gruppenspiel von Mauritanien habe ich mir, glaube ich, angeguckt, die dieses Jahr das zweite Mal dabei sind. Ja, ich dachte mir so, ach, ich habe eh jetzt kaum Videos auf der Liste und ich glaube, es stört euch nicht, wenn zwischendurch mal so ein Prognosenvideo kommt. Ich hätte einfach Lust darauf, vorab möchte ich nochmal sagen, das ist hier nur meine Meinung. Klar, wie es bei der äthiopischen oder kapverdischen oder, keine Ahnung, sudanischen Nationalmannschaften aussieht, das weiß ich nicht. Tut mir leid, wenn ich da mal was falsch sage, mal Spieler vergesse, sage, der Kader ist nicht so gut und am Ende sind da 3000 Weltklasse Spieler dabei. Das tut mir leid, ich tippe einfach nur nach meinem Gefühl, nach meiner Meinung und nach meinem Wissensstand. Wenn ihr einen anderen Stand habt und mehr darüber wisst, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Schreibt mal eure Meinung, eure Tipps gerne in den Kommentaren. Und bitte hört auf mit diesen, äh, du tippst gegen dieses Land, deswegen hast du dieses Land. Nein, ich tippe halt einfach nur nach Leistung und nach meinem Wissensstand und nicht nach dem, wie sehr ich eine Mannschaft mag. So, bevor wir beginnen, kurz die Faktenlage, die sich damit nicht so gut auskennen. Der Afrika Cup ist, wie schon Name, ein Turnier nur für Mannschaften aus Afrika. Der beginnt am 9. Januar 2022 in Kamerun. Das Finale ist am 6. Februar 2022 in Yaoundé, Hauptstadt von Kamerun. Teilnehmer sind 24, Spiele sind insgesamt 32 und im Hintergrund Beltenhund. Ja, super. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund gehört habt, aber ich fange einfach mal an mit der Gruppe A. In der Gruppe A ist das erste Spiel Kamerun gegen Burkina Faso, dann Äthiopien gegen Kap Verde. Fangen wir an mit, äh, Kamerun gegen Burkina Faso. Kamerun hat hier das Heimvorteil, ist auch der Gastgeber hier. Äh, Burkina Faso ist nicht so schlecht, der Name ist eher unbekannt. Ich würde sagen, in der Gruppe sind sie die vielleicht zweitstärkste Kraft. Allerdings, äh, sehe ich hier Kamerun ein bisschen weiter vorne, haben ein bisschen besseren Kader, obwohl Kamerun früher mal ein bisschen besser war als, ähm, jetzt. Trotzdem sehe ich den Kader und die Mannschaft von Kamerun stärker als von Burkina Faso. Ich tippe ein 2 zu 1. So, dann Kap Verde gegen Äthiopien. Zwei Mannschaften, wo ich mich nicht so richtig auskenne. Kap Verde ist eine Insel, Äthiopien ist ein Land da in der Nähe bei Somalia. Äthiopien weiß ich nur, dass sie irgendwann auch mal den Afrika Cup gewonnen haben, aber das war ganz, ganz lange her. Ähm, für die Weltmeisterschaft haben die beiden Mannschaften sich noch nie qualifiziert. Ich sehe aber hier Kap Verde ein bisschen deutlich vorne, ich habe mir den Kader ein bisschen angeguckt. Da sind kaum Namen drin, aber mehr Namen als von Äthiopien, deswegen 0 zu 1 für, äh, Kap Verde. Kamerun gegen Äthiopien, machen wir schnell, 4 zu 0 für Kamerun. Kap Verde gegen Burkina Faso, wie ich gesagt habe, Burkina Faso sehe ich als, äh, zweitstärkste Kraft in der Gruppe, äh, deswegen gewinnt Burkina Faso das Spiel 0 zu 1. Kap Verde gegen Kamerun, äh, Kap Verde, deutlich hier die unterlegene Mannschaft. Kamerun gewinnt das Spiel 1 zu 3. Burkina Faso gegen Äthiopien, ja, habe ich spannend gemacht, hier wird es zum 1 zu 1 kommen. So, alle 6 Spiele habe ich jetzt hier durchgetippt von der Gruppe A. Schauen wir uns mal die Tabelle an. Der 4. ist direkt raus, der 3. kann weiterkommen. Kommt drauf an, wie gut sie absteigen, wie gut die anderen Gruppen Dritten abschneiden. Äh, dasselbe System wie bei der Europameisterschaft 2021. Ähm, der 2. und 1. kommt direkt weiter. Fangen wir an, 4. ist Äthiopien mit 1 Punkt, 3. ist Kap Verde, weiter ist Burkina Faso auf Platz 2 und 1. ist Kamerun mit 9 Punkten und 0 Niederlagen. Weiter geht's mit der nächsten Gruppe. In dieser Gruppe sind Senegal, Zimbabwe, Malawi und Guineer. Äh, fangen wir an mit den ersten Spielen. Senegal gegen Zimbabwe. Senegal ist hier deutlich die bessere Mannschaft. Also, da sind Spieler wie Sadio Mane, Koulibaly, Eduard Mendy, der Toilter von Chelsea, Diallo, Saar, der andere Saar und Diata. Und es gibt bestimmt noch weitere krasse Spieler, die der Senegal hat. Äh, hier mit Abstand einer der besten Mannschaften des Turniers. Deswegen, sagen wir, ich sag schon direkt, dass sie weiter sind. Ich hab hier noch gar kein Spiel hier, äh, getippt. 3-0 Sieg Senegal. Nächstes Spiel, Guineer gegen Malawi. Guineer, zweitstärkste Kraft in der Gruppe. Mir fällt grad kein Spieler ein. Ah, äh, der eine, der von RB Leipzig zu Liverpool gewechselt ist, fängt mit K an. Ich komm grad nicht auf den Namen. Keita, war das Keita? Ja, ich glaub, das war Keita. Ist dabei. Obwohl, habt ihr mal wieder was von denen gehört? Weiß ich nicht. Aber wenn ich mir die Gruppe angucke, ist Guineer hier die deutlich bessere Mannschaft hinter Senegal. Äh, sie gewinnen 3-1 gegen Malawi. Malawi, können wir schon sagen, die schlechteren Mannschaft hier drin. Ähm, Simbapfe gegen Malawi. Äh, 0-1 Sieg für Simbapfe. Senegal gegen Guineer wird spannend. Senegal sehe ich aber weiter, weiter vorne. 2-1. Simbapfe gegen Guineer, brauchen wir nicht drüber reden. 0-2 für Guineer. Malawi gegen den Senegal wird ein knackiges 4-0. Dann gucken wir uns mal die Tabelle an. Auf Platz 4 ist Malawi. Dritter ist, äh, Simbapfe mit 3 Punkten. Wenn sie Glück haben, können sie weiterkommen, wenn die anderen Gruppen Dritter deutlich schlechter sind als sie. 2. Guineer mit, äh, 6 Punkten und auf Platz 1 ohne eine einzige Niederlage der Senegal. Dann die nächste Gruppe, die Gruppe C. Hier ist Gabun, Ghana, Marokko und Komoren. Die Komoren, äh, kleiner Funfact, sind das allererste Mal hier beim Afrika Cup vertreten. Komisch, die Komoren sind dabei. Sind, glaube ich, in der Weltrangliste ganz, ganz weit unten. Äh, aber Länder wie Südafrika, Mosambik, Sambia, äh, Tansania, Kongo und Madagaskar. Madagaskar, letztes Jahr, letzte. Wenn ich letztes Jahr sage, äh, meine ich letztes Turnier. Überraschend, sehr weit gekommen. Komoren sind dabei, aber diese Länder sind nicht dabei. Komisch, Südafrika ist nicht dabei. Ähm, sind bestimmt an der Quali gescheitert oder hat vielleicht andere Gründe. Äh, fangen wir mal an. Wir haben das erste Gruppenspiel in der Gruppe C. Marokko gegen Ghana. Direkt das erste Hammer-Spiel in der Gruppe. Äh, denke ich, das wird ein spannendes 2 zu 2. Obwohl, von Ghana höre ich zur Zeit kaum was. Die waren, glaube ich, letzte Weltmeisterschaft gar nicht qualifiziert. Komoren gegen Gabun. Äh, hier, Aubameyang kann hier ruhig geschillt sein. 0 zu 2 Sieg für Kabun. Dann, Marokko gegen Komoren. Komoren werden hier in der Gruppe auseinandergenommen. 3-1 Sieg für Marokko. Kabun gegen Ghana. Hier wird es spannend. Äh, ich tippe hier häufig immer für die Mannschaft mit den höheren Namen. Aber ich sage, es ist immer so, äh, letztes Afrika-Turnier, Da war Mauritania überraschend weit und Madagaskar überraschend weit. Und hier sage ich, dass Kabun die Überraschung des Turniers wird. Deswegen gewinnt Kabun das Spiel 1 zu 0. Kabun gegen Marokko. Diesmal gewinnt es nicht Kabun, sondern Marokko mit 1 zu 2. Dann Ghana gegen Komoren. Ghana kann sich, äh, den Frust von der letzten Niederlage gegen Kabun wegschießen und gewinnt 4 zu 0 gegen die Komoren. Dann die Gruppe. Vierter, ganz klar, die Komoren. Auf Platz 3 Ghana. Auf Platz 2 Gabun. Und Marokko ist auf Platz 1. Ghana muss erst mal, ähm, ja, fürchten, dass sie nicht weiterkommen. Aber mit 4 Punkten sind sie eigentlich dann schon sicher. Meiner Meinung nach. Oder vielleicht kommt noch irgendwas. Dann, jetzt geht's weiter zur Gruppe D. In der Gruppe D sind Länder wie Sudan, Guinea-Bissau, Nigeria und Ägypten. So, das erste Spiel ist Nigeria gegen Ägypten. Das Top-Spiel der Gruppe. Nigeria, Ägypten, beide Top-Länder in Afrika. Äh, ich sehe hier aber Nigeria weiter vorne. Sie haben für mich eine bessere Mannschaft als Ägypten. Ja, Ägypten hat Mohamed Salah. Aber Rest haben sie halt den nur Mohamed Salah. Klar, mit einem Top-Star im Team, der gerade sogar top in Form ist, kann man jetzt mehr schaffen als vielleicht eine gute Mannschaft. Aber irgendwann reicht das halt nicht. Nur mit Mohamed Salah kann man es nicht weit bringen. Deswegen sage ich, dass Nigeria, hier dieses Spiel, ähm, bessere Mannschaft ist, ähm, den Vorteil hat. Und das Spiel 2 zu 1 gewinnt. Das zweite Spiel ist Sudan gegen Guinea-Bissau. Ja, beide Mannschaften kenne ich nicht so gut. Beide Mannschaften kann ich gar nicht einschätzen. Deswegen bin ich mal so fair gewesen und habe einfach mal ein 0 zu 0 getippt. So, dann Nigeria gegen Sudan. Nigeria ist hier die deutlich bessere Mannschaft. Und gewinnt das Spiel 3 zu 1. Dann, äh, Guinea-Bissau gegen Ägypten. Ich möchte jetzt nicht allzu viel so lange über die einzelnen Spiele labern. Sonst wiederhole ich mich tausendmal. Ich sage einfach, Ägypten gewinnt das Spiel 0 zu 1. Dann Bissau gegen Nigeria. Das gewinnt Nigeria 0 zu 2. Ägypten gegen Sudan. Da gewinnt Ägypten gegen sein Nachbarland Sudan mit 2 zu 0. Dann gucken wir uns mal die Gruppe D an. Auf Platz 4 ist Sudan mit einem Punkt. Dann Guinea auch mit einem Punkt. Und auf Platz 3 haben nur das bessere Torverhältnis. Obwohl sie kein einziges Tor geschossen haben. Auf Platz 2 ist Ägypten. Sind dann eigentlich somit direkt weiter. Platz 1 Nigeria. Die sind auch sofort weiter ins Achtelfinale. So, sind wir dann bei der 2 letzten Gruppe angekommen. In der Gruppe E. Dabei sind Algerien, Äquatorial Guinea, Sierra Leone und Elfenbeinküste. Das erste Spiel Algerien gegen Sierra Leone. Ähm, vorher möchte ich nochmal was zu Algerien sagen. Algerien ist in den letzten Jahren super mega drauf. Super in Form. Nicht nur, dass sie letzte Afrika-Meisterschaft gewonnen haben. Sondern sie sind aktuell, ich weiß jetzt nicht genau, 28, 29 Spiele in Folge ungeschlagen. Wie ihr alle wisst, Italien hat vor kurzem gegen Spanien verloren. Und wenn Algerien so weitermacht und so durch das Turnier hustelt, können sie Real Talk den Rekord von Italien noch brechen. Das wäre super lustig, wenn Italien den gerade geholt hat und dann Algerien kommt und schnappt den weg. Das wäre mega funny. Aber ob sie es schaffen, werden wir mal sehen. Fang an, erstes Spiel Algerien gegen Sierra Leone. Ähm, zu Sierra Leone möchte ich nichts sagen. Kenne ich mich nicht so gut aus. Vom Namen her eher klein. Algerien, wie ich gerade erzählt habe, super in Form. Algerien wird es machen, 2 zu 0. Äquatorial Guinea gegen Elfenbeinküste. Äh, Elfenbeinküste gewinnt das 1 zu 0. Algerien gegen Äquatorial Guinea. Machen wir schnell, 4 zu 0 gewinnt es Algerien. Elfenbeinküste gegen Sierra Leone. 2-1 Sieg für die Elfenbeinküste. Sierra Leone gegen Äquatorial Guinea. Weil ich beide Mannschaften nicht so gut kenne, bin ich mal fair. Ein Unentschieden, 1 zu 1. Elfenbeinküste gegen Algerien. Algerien ist für mich zu stark drauf. 0 zu 1 für Algerien. Dann schauen wir mal an, die Gruppe und die Platzierungen. Auf Platz 4 ist Äquatorial Guinea. Dann Sierra Leone, auch mit einem Punkt. Beide Mannschaften sind damit eigentlich so gut wie raus. Auf Platz 2 ist Elfenbeinküste. Und auf Platz 1 mit Abstand mit 9 Punkten. 0 Gegentoren, 7 Toren. Algerien, brauchen wir nicht drüber reden. Und jetzt geht es weiter zur letzten Gruppe. Dann in der letzten Gruppe ist Gambia dabei. Das allererste Mal in ihrer Nationalmannschaft Geschichte. Mauritannien ist dabei. Mali und Tunesien. Erstes Spiel ist Tunesien gegen Mali. Gefühlt sind die ersten Spiele der ganzen Gruppen immer so ein Hammerspiel. Tunesien, Mali. Mali darf man wirklich nicht unterschätzen. Haben sehr viele gute Spieler wie Kamara oder Haidara oder der eine von Hoffenheim. Sami Sekou. Ist es richtig ausgesprochen? Sami Sekou? Keine Ahnung. Deswegen ist es mit einem spannenden Spiel 0 zu 0. 0 zu 0, da kann man jetzt nicht vom spannenden Spiel reden. Aber es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Dann das nächste Spiel. Mauritannien gegen Gambia. Mauritannien das zweite Mal in ihrer Nationalmannschaft Geschichte dabei. Sind auch das letzte Mal beim Afrika Cup sehr weit gekommen. Überraschend. Gambia ist das erste Mal dabei. Vielleicht können die dasselbe schaffen wie Mauritannien. Beide haben eigentlich eine Gemeinsamkeit. Mauritannien, als sie das letzte Mal angetreten sind, waren sie eigentlich deutlich der Underdog. Waren eigentlich unterster Durchschnitt von den ganzen Nationalmannschaften, die an den Turnier teilnehmen. Aber haben es sehr weit gebracht. Gambia können das selbe schaffen. Sie haben auch jetzt nicht so schlechte Spieler. Sie haben zum Beispiel Musa Barrow von Bologna. Oder Oma Kolei von Sampdoria Genua. Ich weiß nicht, ob Bakariyatta jetzt auch für Gambia spielt. Oder ob er sich doch für Deutschland entschieden hat. Da bin ich mir unsicher. Nehmen wir den mal raus. Gambia ist jetzt nicht so schlecht, wie der Name jetzt so sagt. Ich sehe aber Mauritannien von den Erfahrungen von letztes Jahr ein bisschen stärker. 2 zu 1 für Mauritannien. Dann Tunesien gegen Mauritannien. Hier tippe ich mal für den Underdog. Ich glaube, es wird hier ein 1 zu 1 Unentschieden geben. Dann weiter geht's. Gambia gegen Mali. Hier wird Mali die durchnehmen. 0 zu 5. Dann machen wir weiter. Gambia gegen Tunesien. Da gewinnt Tunesien das Spiel. 0 zu 6. Mali gegen Mauritannien. Hier gewinnt Mali das Spiel. 1 zu 0. Dann gucken wir uns mal die Tabelle der Gruppe F an. Die allerletzte Gruppe. Dann geht's ins Achtelfinale. Äh. Vierter ist Gambia mit 0 Punkten. Dann dritter Mauritannien. Sie könnten Glück haben, dass sie vielleicht ins Achtelfinale kommen. Und sofort ins Achtelfinale ist Tunesien und Mali. So, ich gucke auf unsere Zeit und ich sehe, wir sind schon locker über die 8 Minuten. Deswegen sage ich, diesen Teil der K.O.-Phase, der K.O.-Runde, teile ich in einen anderen Part auf. Äh, deswegen sage ich euch, wenn es fair ist, dann könnt ihr es in den Kommentaren tippen, sage ich euch mal die Spiele des Achtelfinals. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann tippe ich die. Äh, das erste Spiel, Burkina Faso gegen Gabun, Nigeria gegen Mauritanien, Senegal gegen Kap Verde, Mali gegen die Elfenbeinküste, Algerien gegen Ägypten, Marokko gegen Zimbabwe, Guinea gegen Tunesien, Kamerun gegen Ghana. So, das sind alle Achtelfinal-Partien. Tippt die gerne in die Kommentare. Schreibt eure Meinung auch gerne dazu, wer gewinnt den Afrika Cup. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr den zweiten Teil nicht verpasst. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao.